Hallo und willkommen zu einem anderen Tutorial von Cork PA Manager 3.1. Heute werden wir einen Blick auf die Erstellung eines neuen Set durchmischen und kombinieren von zwei Sets werfen. Beginnen wir mit einigen Styles. Klicken Sie auf die Schaltfläche New Set. Wählen Sie das Ziel-Tastator-Modell aus, für das Set erstellt wird. In diesem Beispiel erstellen wir ein PA 4X Set. Wenn Sie das neueste OSV2 installiert haben, müssen Sie die Option OSV2 auswählen und auf Übernehmen klicken. Nun müssen wir das Set auswählen und laden, von dem wir Styles übernehmen werden. Das Set wurde als PA 4X OSV2 Set erkannt. Klicken Sie auf Übernehmen und fahren Sie fort. Lass uns jetzt ein paar Dinge erkunden. Wir können dieses Symbol hier anklicken und es würde die Banknamen laden, wenn das Set diese Informationen enthält. Unter jedem Style-Namen sehen wir die Style-Wischen. Wenn Sie den Mauszeiger über diese roten Tags halten, erhalten Sie weitere Informationen darüber, wann der Stil zuletzt geändert wurde. Im unteren Bereich haben wir die Optionen Kaiboad Set und Pet. Auf der Seite haben wir einige entscheidende Optionen, die sich ziemlich selbsterklärend sind. Wir werden später darüber berichten. Kopieren Sie also einen Style. Wir können jeden Style mit der rechten Maustaste anklicken und kopieren. Kommen Sie zu unserem eigenen Set. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und fügen Sie den Stil ein. Das ist alles. Jetzt werden Sie feststellen, dass die Sounds für das Kaiboad Set nicht importiert wurden. Das liegt daran, dass wir diese Option hier nicht aktiviert haben. Standardmäßig ist es nicht aktiviert, um RAM-Speicherplatz zu sparen. Aktivieren Sie diese Option und kopieren Sie den Style erneut. Dieses Mal haben wir auch die Kaiboad Set-Sounds kopiert. Auch als STS-Sounds bezeichnet. Sie werden jedoch feststellen, dass OPA3 nicht importiert wurde. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Option keine stumm geschalteten Sounds importieren aktiviert ist. Dies ist eine sehr gute Option, um weitermachen zu können, so dass wir keine stumm geschalteten Sounds importieren, um den RAM-Speicherplatz zu füllen. Wenn wir sie nicht verwenden, wir können es natürlich deaktivieren, den Style erneut kopieren, einfügen und der Sound würde importiert. Hinweis, Pads werden nicht automatisch importiert. Lassen Sie uns dieses Set löschen und beginnen Sie unser eigenes neues Set. Wir können einzelne Styles kopieren. Wir können auch eine ganze Seite kopieren. Ah, und sogar eine ganze Bank. Das Tolle ist, dass dies nur wenige Sekunden dauert. Während das Aufnehmen auf der Tastatur einige Stunden gedauert hätte, hätten Sie das Wissen und die Geduld, dies zu tun. Korg PA Manager übernimmt automatisch alle Sounds, Multisamples und Samples und ordnet sie entsprechend an. Sie müssen sich um nichts kümmern. Angenommen, wir haben alle Styles, die wir von diesem Set benötigten, und wir wollten Styles aus einem anderen Set hinzufügen. Lasst uns fortfahren und den zweiten Satz laden. Wir klicken entweder auf die Schaltfläche Load Style Set, um unser Set zu laden. Oder ziehen Sie das Set einfach an eine beliebige Stelle in dieser Region. Sobald das Set geladen ist, wiederholen wir dasselbe Verfahren, indem wir die benötigten Styles kopieren einfügen. Nehmen wir uns ein paar lange Last von Sounds und VoiceOver kommt wenn ein Sound importiert wird. Wird er automatisch an seinem ursprünglichen Ort abgelegt, wenn der Slot leer ist. Andernfalls wird es automatisch einem neuen leeren Steckplatz zugewiesen, und der ursprüngliche Speicherort wird neu zugeordnet und mit dem Stil verknüpft. Korg PA Manager wurde auch so konzipiert, dass keine doppelten Sounds, Multisamples oder Samples importiert werden, um Speicherplatz zu sparen. Jetzt können wir auch überprüfen und sehen, aus wie vielen Megabytes ein Style besteht und welche Sounds verwendet werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Style klicken und die Option Sample Assize überprüfen auswählen. Hier sehen Sie Details zur Anzahl der Sounds, die das Set verwendet, und ob der Sound bereits in Ihrem eigenen Set vorhanden ist oder nicht. In diesem Fall haben wir bereits vorhandene Sounds. Die Größe dieses Styles macht 14,6 Megabyte. Da wir die meisten Sounds bereits haben, es benötigt nur 1,23 Megabyte RAM Speicherplatz. Hier ist ein Tipp, Wenn Sie bereit sind zu speichern und wenn Ihr System nur über geringe Ressourcen und wenig RAM verfügt, können Sie mit der rechten Maustaste hier klicken, um das Set aus dem Speicher zu löschen. Dies würde den RAM löschen und beim Speichern des Sets nicht zu Engpissen führen. Merken, dies ist Option. Nun müssen wir unser Set speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern unterklicken. Lassen Sie uns unser Set umbenennen, und speichern. Nachdem unser Set gespeichert wurde, verlassen wir den Style Manager. Unser Set wurde jetzt auf unserem Desktop gespeichert und enthält nur Styles. Jetzt müssen wir unsere Leistungen hinzufügen. Auch als Kaibuardsets bekannt. Denken Sie daran. Wir müssen das Set verwenden, das wir gerade vom Style Manager gespeichert haben. Wir können entweder auf den Performances-Button klicken und unser Set laden, oder wir können unser Set einfach per Drag und Drop verschieben. Nach dem Laden haben wir das PA4X Modell ausgewählt und fahren fort. Wir laden das Set, von dem wir Kaibuardsets nehmen werden. Der Rest ist genauso wie bei den Styles. Wir beginnen mit dem Kopieren-Einfügen der gewünschten Elemente. Sie werden feststellen, dass Mutate Sounds standardmäßig nicht importiert werden. Dies wiederum spart Speicherplatz, den wir natürlich mit der Option auf der Seite umgehen können. Beginnen wir mit dem Kopieren einiger Vorstellungen auf unser Haupt-Set. Wenn wir fertig sind, laden wir unser anderes Set und nehmen weitere Performances auf. Damit wir sie in unser Set integrieren können, wenn Sie alle gewünschten Aufführungen absolviert haben, können Sie das Set erneut speichern. Denken Sie daran, dass jedes Mal, wenn ein Set gespeichert werden muss, es als neues Set gespeichert werden muss. Sie sollten niemals einen vorhandenen Satz überschreiben, da dies zu Konflikten mit den PCM-Beispielen führen kann. Außerdem ist es immer eine Sicherungskopie des ursprünglichen Satzes zu haben. Okay, wir haben jetzt unsere Styles und Performances. Es ist an der Zeit, einige Pads hinzuzufügen. Laden Sie das zuletzt gespeicherte Set in den Padmanager. Wieder ist es der gleiche Workflow. Wir laden das zweite Set, die von der wir Pads nehmen wollen. Das geladen ist. Können Sie die Pads hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass die Verbindung zwischen Style und Pad nicht unterbrochen wird, wenn Sie die Pads nicht an den ursprünglichen Positionen hinzufügen. Wenn Sie jedoch das Pad zufällig einfügen, müssen Sie den Style und das Pad entweder erneut mit dem Style Manager oder über die Tastatur neu verknüpfen. Nachdem alle Pads importiert wurden, müssen Sie das Set erneut speichern. Erinnern Sie sich jedes Mal, wenn wir als neues Set speichern. Nennen wir das also My Final Set. Wir haben unser finales Set mit unseren Favoriten-Styles, Monses und Pads. Wir können die älteren Sets loswerden, die wir nicht mehr benötigen. Jetzt müssen Sie nur noch unser endgültiges Set auf einen USB-Stick kopieren, das Set auf unsere Tastatur laden und das Spielen genießen. Das ist alles für jetzt, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.